Heute stelle ich euch ein weiteres Konzept aus der Reihe, wie funktioniert eigentlich, vor. Das Thema diesmal, das Zeitalter. Ich erkläre, wie man Zeitalterpunkte bekommt, welchen Einfluss das aktuelle Zeitalter hat und welche Widmungen sich für euch lohnen. Viel Spaß beim Schauen! Was genau ist jetzt eigentlich das Zeitalter? Zeitalter sind verschiedene Epochen der Menschheit, wie zum Beispiel die Antike, die Renaissance oder die Moderne. Es gibt dabei das Dunkle, das Normale, das Goldene und das Heroische Zeitalter. Zu Beginn jedes Zeitalters dürft ihr außerdem noch eine Widmung wählen, die dann für dieses Zeitalter gilt. Die Zeitalteranzeige findet ihr rechts oben, hier das zweite von rechts, da sieht man Zeitalterfortschritt. Und hier sieht ihr einmal, wie viele Runden sind es ungefähr bis zum nächsten Zeitalter. Es wird immer nicht ganz genau angegeben, es ist aber, gerade wenn man auf höheren Schwierigkeitsgraden spielt, immer eher am linken Wert dran, also eher die 27 Runden. Man sieht, wie viele Punkte hat man aktuell, in welchen befinden wir uns aktuell, in einem goldenen. Und wie viele Punkte braucht man, um in welches Zeitalter zu kommen. Heißt, wenn ich jetzt weniger als 127 habe, komme ich in ein dunkles Zeitalter. Wenn ich zwischen diesen beiden Werten bin, in ein normales. Und wenn ich hier bin, dann komme ich in ein goldenes Zeitalter. Außerdem werden hier nochmal angezeigt, gehen wir zuerst hier in goldenes Zeitalter Münzreform. Das ist meine aktuelle Widmung, da kommen wir dann noch drauf. Und hier steht dann nochmal, welchen Effekt es für eure Loyalität hat. Außerdem könnt ihr hier rechts unten auch nochmal sehen, wie viele Zeitalterpunkte ihr aktuell habt. Und könnt auch hier drüber cursern, da seht ihr auch nochmal das ganz schnell angezeigt, falls ihr einfach mal nicht in diese Anzeige gehen wollt. Zu Beginn des Spiels seid ihr im Prinzip in einem normalen Zeitalter, das aber noch keine Widmung hat. Im normalen Zeitalter passiert im Prinzip nichts, das ist sozusagen der neutrale Zustand. Im dunklen erhaltet ihr einen Malus auf eure Loyalität und außerdem bekommt ihr vier zusätzliche Politikkarten. Die geben einen starken Bonus, jedoch gleichzeitig auch einen Malus. Im goldenen Zeitalter könnt ihr eine Widmung wählen, die euch tolle Boni bringt und gleichzeitig erhaltet ihr einen Bonus auf die Loyalität. Das haben wir ja gerade schon bei mir gesehen. Ein heroisches funktioniert im Prinzip dann auch genauso, nur dass ihr dann drei statt einer Widmung wählen dürft. Ein heroisches Zeitalter erreicht ihr, wenn ihr vorher in einem dunklen Zeitalter wart. Wie bekommt man nun die Zeitalterpunkte? Es gibt im Prinzip zwei Wege. Erstens, wenn ihr in einem dunklen oder in einem normalen Zeitalter seid, dann könnt ihr Punkte über eure Widmung sammeln. Dazu komme ich dann auch später nochmal im Detail. Die zweite Möglichkeit, die schauen wir uns jetzt an, das ist historische Momente. Die könnt ihr in der Zivilopädie einsehen. Dafür müsst ihr rechts oben auf dieses Fragezeichen gehen und dann in dieser ganz langen Leiste hier ganz nach rechts auf historische Momente. Und ja, es gibt dabei große und kleine historische Momente. Es ist leider sehr, sehr unübersichtlich, finde ich, weil hier stehen einfach große und kleine Momente. Und wenn ihr irgendwie wissen wollt, was ihr machen wollt, um noch Punkte zu bekommen, ist das nicht sehr ordentlich sortiert. Sondern die haben irgendwelche Namen, aber dann weiß man nicht sofort, was es bedeutet. Also zum Beispiel hier, auf den Wellen. Das kann ja irgendwie alles Mögliche sein, sehr allgemein formuliert. Auf den Wellen heißt einfach, ihr besitzt eure erste Marineeinheit und dafür bekommt ihr zwei Zeitalterpunkte. Das ist also eine Möglichkeit für das Early Game. Um da irgendwie noch Punkte zu erhalten, wenn ihr seht, er wird ein bisschen knapp. Genau. So. Es ist immer so aufgebaut bei diesen Momenten, dass ihr hier die Beschreibung seht, was ihr machen müsst. Und dann seht ihr da die Zeitalterpunkte. Die könnt ihr jederzeit hier halten. Es gibt auch noch Einschränkungen teilweise. Mal gucken. Hier zum Beispiel bedrohliches Lager zerstören. Dafür müsst ihr mindestens in der Antike sein und maximal im Mittelalter. Das kann also schon beim Zeitalter eine Einschränkung sein. Dann zum Beispiel die erste Armada der Welt. Oder die erste Armee der Welt. So. Die Punkte könnt ihr nur bekommen, wenn ihr halt die erste macht. So, wenn das jetzt ein Gegner zuerst macht, dann kriegt ihr da halt nicht mehr die Punkte dafür. Es ist auch bei mehreren solchen Sachen so, wenn ihr als erstes das schafft, bekommt ihr mehr Zeitalterpunkte. Wenn ihr sie dann später irgendwann baut, bekommt ihr halt weniger Zeitalterpunkte. Wichtig bei den Zeitalterpunkten ist jetzt noch, dass überschüssige Punkte nicht übernommen werden. Beziehungsweise die notwendige Anzahl an Punkten, die erhöht sich dann einfach. Also wenn ihr jetzt irgendwie ein goldenes Zeitalter habt, dafür jetzt, keine Ahnung, 80 Punkte gebraucht. Ihr habt aber 90 Punkte, dann habt ihr im nächsten Zeitalter auch 90 Punkte. Aber ihr braucht 10 Punkte mehr, um wiederum die anderen Zeitalterstufen zu erreichen. So, das kann man dann schon ein bisschen so probieren zu kalkulieren und zu denken, ah, da und da schaffe ich jetzt vielleicht noch Zeitalterpunkte. Ich probiere die mal, dass ich die irgendwie so ins nächste Zeitalter schiebe. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn ihr eure Spezialeinheit baut. Das bringt immer Zeitalterpunkte. Und dass ihr seht, die braucht jetzt irgendwie noch drei Runden. In fünf Runden ist Zeitalterwechsel. Ich schiebe die jetzt mal nach hinten, damit die erst im nächsten Zeitalter reinkommt. Weil im goldenen Zeitalter ist es ja immer schwieriger, Zeitalterpunkte zu bekommen, weil ihr eben nicht über die Widmung Punkte bekommen könnt. In früheren Epochen sind nicht so viele Punkte notwendig wie in späteren Epochen. Es ist jedoch im fortschreitenden Spiel immer leichter, Punkte zu erreichen. Zu Spielbeginn fällt man oft mal in so ein dunkles Zeitalter. Im Endgame schaffe ich eigentlich fast immer, dass ich ins goldenes Zeitalter komme, wenn ich will. Also ich will natürlich immer, aber wenn ich da wirklich drauf achte, dann funktioniert das eigentlich auch. Gehen wir jetzt nochmal auf die Widmungen genauer ein. Welche Widmungen gibt es und welche lohnen sich? Nochmal als kurze Wiederholung. In jedem Zeitalter könnt ihr euch für eine Widmung von vier entscheiden, die für das folgende Zeitalter gilt. Die Ausnahme ist das heroische Zeitalter. Hier wählt ihr dann drei von vier goldenen Widmungen. Widmungen bringe ich euch im dunklen oder im normalen Zeitalter. Zeitalterpunkte. Im goldenen erhaltet ihr Spielboni. Ihr findet die Widmungen auch wieder in der Zivilopädie. Dafür geht ihr hier auf die Erweiterung Rise and Fall. Und ihr habt es entsprechend auch nur, wenn ihr Rise and Fall, wenn ihr dieses DLC auch habt. Ansonsten gibt es das ja gar nicht. Und geht dann hier auf Widmungen. Und da werden die jetzt alle nochmal sehr, sehr gut beschrieben. Es fängt historisch an, das freie Forschung, Stift, Pinsel und Stimme und so. Die hat man zu Spielbeginn. Und ganz unten kommt ja die, die man am Spielende eher hat. Also zu Beginn hat man eben freie Forschung, Stift, Pinsel und Stimme, Exodus der Evangelisten und Monumentalität zur Auswahl. Wenn ihr jetzt die Zeitalterpunkte benötigt, also ihr seid im dunklen oder im normalen Zeitalter, dann würde ich meistens zu Spielbeginn zur freien Forschung gehen. Denn die ist besser als Stift, Stimme und Pinsel. Denn ihr bekommt hier Punkte für ein Heureka und hier für Eingebung. Es gibt aber mehr Heurekas. Entsprechend habt ihr mehr Möglichkeiten, um Punkte zu bekommen. Exodus der Evangelisten ist natürlich dann sinnvoll, wenn ihr eine Religion habt. Dann könnt ihr auch das nehmen. Und wenn ihr denkt damit, die Gegner auch zu bekehren. Ansonsten ist es natürlich sinnlos. Die Monumentalität finde ich gerade zu Spielbeginn nicht gut, weil ihr bekommt ein Zeitalterpunkt pro Spezialbezirk, den ihr baut. Und ihr baut am Anfang halt kaum Spezialbezirke. Baut ihr meistens erstmal Städte und in Städten dann vielleicht auch so die Kornspeichermonumente und sowas. Ihr werdet nicht viele Punkte bekommen über den Spezialbezirk. Vielleicht im Späteren gilt ja bis zur Renaissance. Wenn ihr dann in diese Richtung geht, dann kann sich das lohnen, wenn ihr dann anfangt die Spezialbezirke zu bauen. Vorher aber nicht. Wenn ihr jetzt jedoch in einem goldenen Zeitalter seid, sieht es natürlich wieder anders aus. So, da habt ihr in der freien Forschung, die ich jetzt eben zum Punktesammeln sehr gut finde, den Vorteil, dass ihr Forschung bekommt über den Nachbarschaftsbonus von Handelszentrum und Hafen. Und das lohnt sich meistens nicht, weil ihr meistens kaum Handelszentrum und Hafen habt zu Spielbeginn. Falls es so ist, ist es total cool. Also gerade vielleicht so im Mittelalter geht es dann noch. Aber meistens bekommt ihr dann nicht viel raus. Wenn ihr Glauben habt, sind die anderen beiden natürlich richtig, richtig gut. Da könnt ihr einmal hier große Prophetpunkte sammeln. Also wenn ihr auf eine Religion gehen wollt, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Plus vier ist natürlich richtig stark. Wenn ihr eine Religion schon habt, könnt ihr das natürlich dann auch machen. Dann würdet ihr vier Glauben kriegen statt vier große Prophetpunkte. und eure Missionare, Apostel und Inquisitoren erhalten mehr Ladung und mehr Fortbewegung. Das ist schon sehr, sehr stark zu diesem Zeitpunkt des Spiels. Monumentalität kann sich aber auch lohnen. Wenn ihr wieder Glauben habt, dann könnt ihr nämlich zivile Einheiten mit Glauben kaufen. Und sind außerdem mit Glauben und Gold auch günstiger. Heißt, ihr könnt damit Siedler oder Handwerker kaufen. Und das ist echt stark. Der Stift, Pinsel und Stimme hat den Vorteil, dass ihr plus eins Kultur pro Spezialbezirk... Das ist meistens eben nicht so stark, weil ihr wahrscheinlich nicht viele Spezialbezirke gebaut habt. Gehen wir mal die anderen so ein bisschen einzeln durch. Dieser Hicsund Draconis... Hicsund Draconis ist wahrscheinlich lateinisch, oder? So, ihr werbt plus drei Zeitalterpunkte jedes Mal, wenn ihr einen neuen Kontinent oder ein Naturwunder entdeckt. Das ist natürlich umso besser, je größer die Weltkarte ist. Also wenn ihr jetzt irgendwie auf sehr großen Karten spielt und ihr habt noch nicht so viel entdeckt, dann könnt ihr natürlich noch viel entdecken. Dann könnt ihr auch noch viele Kontinente und Naturwunder entdecken. Außerdem bekommt ihr jetzt noch Zeitalterpunkte, wenn ihr eine nicht-barbarische Marineeinheit im Kampf besiegt. Ja gut, wie oft macht ihr das? Wahrscheinlich nicht sonderlich oft. Ihr würdet im Krieg sein und Marineeinheiten besiegen. Das ist, glaube ich, zu vernachlässigen. Aber wenn ihr eben noch viel zu entdecken habt, dann ist das gut, sonst nicht. Im goldenen Zeitalter kann es auch sehr interessant sein, wenn ihr ein potenzielles Gebiet habt, was ihr besiedeln wollt, was auf einem anderen Kontinent ist. Wenn das der Fall ist, finde ich es sehr, sehr stark, weil dann bekommt ihr nämlich plus drei Bevölkerung, Staatbevölkerung für diese Stadt. Außerdem bekommt ihr plus zwei Loyalität pro Runde für Städte, die nicht auf eurem Kontinent sind. Kommen wir zur Münzreform. Plus ein Zeitalterpunkt jedes Mal, wenn ihr einen Handelsweg erfolgreich abschließt, mache ich nicht sehr gerne, weil das ergibt meistens einfach nicht viele Punkte. Es gilt bis in die moderne, gerade in, ja, es ist halt ein Midgame-Ding, aber meistens war es bei mir echt so, dass da nicht viel zusammenkam. Im goldenen Zeitalter ist es so, dass eure Händler nicht geplündert werden können und ihr bekommt mehr Gold pro Spezialbezirk in der Zielstadt. Das ist immer so eine Option, finde ich, die man machen kann, sodass die nicht geplündert werden können. Ja, hängt natürlich davon ab, erstmal wie viele Handelswege habt ihr und zweitens, wie viele Barbaren sind bei euch im Weg oder seid ihr im Krieg und sowas. Also wenn ihr jetzt friedlich unterwegs seid und ihr habt viele Händler, dann ist es eine Option. Es ist aber für mich auch oft eine Abwägungssache, wenn die anderen Sachen einfach nicht so gut sind, die gerade zur Wahl stehen und dann so, hm, okay, gut, dann nehme ich halt das hier. Kommen wir zum Herzschlag des Dampfes. Das kann sehr cool sein. Zwei Zeitalterpunkte für jedes im Industriezeitalter oder später errichtete Gebäude. Das nehme ich eher nicht, zumindest wenn man auf hohen Schwierigkeitsgrad spielt, also auf Gottheit, weil die KI meistens deutlich schneller forscht und dann kommen diese Zeitalter eben schneller und dann seid ihr noch gar nicht im Industriezeitalter und könnt eben diese Gebäude noch gar nicht bauen. So, dann ist es komplett verschenkt. Aber im goldenen Zeitalter kann es spannend sein. Ihr bekommt 10% Produktion für Wunder des Industriezeitalters, also auch wieder nur interessant, falls ihr schon soweit seid, oft nicht der Fall, aber das andere, der Campus-Nachbarschaftsbonus gewährt auch Produktion. Und das kann echt gut sein, wenn ihr ein paar Campusbezirke habt, dann kann eben sein, ihr habt einen Nachbarschaftsbonus von 4, bekommt ihr 4 Produktionen. Wenn ihr noch eine Politikkarte drinne habt, die das verdoppelt, dann bekommt ihr 8 Wissenschaft und damit auch 8 Produktionen und das gleiche in mehreren Städten. Finde ich sehr, 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 sehr schön. Kommen wir zu den Waffen. Plus ein Zeitalterpunkt jedes Mal, wenn ihr einen nicht-barbarischen Korps im Kampf ausschaltet und zwei Zeitalterpunkte, wenn ihr jedes Mal eine nicht-barbarische Armee im Kampf einschaltet. Ja, also lohnt sich, wenn ihr im Krieg seid und wenn die Gegner Korps oder Armeen haben. Meistens haben die nicht so viel davon und deswegen lohnt sich das eher nicht so. Müsst ihr halt schauen. Falls ihr im Krieg seid, unter Umständen, aber nämlich eher selten. Im goldenen Zeitalter bekommt ihr einen besonderen Casus Belli, der euch nach der Denunzierung des Zielskriegstreiber Malus um 75% im Vergleich zu einem formellen Krieg reduziert und kann direkt nach der Denunzierung eingesetzt werden. Außerdem mehr Produktion für Militäreinheiten. Ja, also, falls ihr Krieg treiben wollt, ist es durchaus interessant. Wie sehr dieser Malus-Abzug euch nutzt, hängt natürlich davon ab, was ihr allgemein da bisher freigeschalten habt, welche Möglichkeiten ihr habt für Casus Belli. Diese 15% Produktion ist natürlich dann super, wenn ihr Krieg führen wollt und außerdem könnt ihr es halt direkt nach der Denunzierung einsetzen und müsst nicht 5 Runden warten, was auch schön ist, bringt ein bisschen mehr Überraschungseffekt ein. Im Multiplayer ist natürlich dieser Kriegstreiber Malus total egal, der spielt ja da keine Rolle. Das ist halt nur für Singleplayer wirklich wichtig. Kann aber in beiden Fällen unter Umständen schön sein, wenn ihr Krieg führen wollt. Leibwächter der Lügen. Da geht es also um Spionage. Gewährt bloß einen Zeitlaterpunkt für jede erfolgreiche offensive Spionage-Operation. Das kann gut sein, wenn ihr viel spioniert und die unter anderem durch Spionage-Karten auch noch verstärkt, dass die zum Beispiel auch schneller fertig sind, dann könnt ihr da ganz gut Zeitlaterpunkte sammeln. Außerdem will man im Singleplayer, wenn man auf hohen Schwierigkeitsgraden spielt, auch möglichst viel mit den Spionen machen, weil das eine Möglichkeit ist, um die Gegner ein bisschen aufzuhalten und sich von denen Sachen zu mobsen. Weil die Gegner sind auf Gottheit eigentlich immer einige Schritte voraus. Wenn wir jetzt im goldenen Zeitalter sind, dann benötigen die Spione keine Zeit zur Präsenzentwicklung in einer Stadt. Ist cool, geht dann also schneller. Außerdem ist Zeit für den Abschluss aller offensiven Missionen um 25% verringert. Ist auch cool. Also alles geht schneller mit den Spionen und ihr könnt halt echt viele Sachen machen. Finde ich cool. Da könnt ihr dann Sachen machen, wie zum Beispiel große Werke klauen, Forschungsboni klauen, irgendwie die Raumhäfen sabotieren, falls die halt Richtung Wissenschaftssieg schon gehen. Oder ihr klaut Geld. Da kann man auch oft vielleicht mal so 1000 Euro oder sowas stibitzen. Das ist auf jeden Fall eine total wichtige Sache, wenn ihr auf Gottheit spielt. Ich wünschte ihr Wert hier. Geht jetzt auf Tourismus und Tourismus Sieg. Plus 1 Zeitlehrpunkt für das ausgegrabene Artefakt. Ja, das ist alles. Das ist nicht so viel wahrscheinlich. Also kommt drauf an. Wenn ihr jetzt denkt, oh, ich werde jetzt genau in diesem Zeitalter einiges an Artefakte ausgraben, könnt ihr ein paar Punkte holen. Ah, wird jetzt nicht so viel sein. Würde ich glaube ich nicht nehmen. Aber vor allem dieses im goldenen Zeitalter wieder spannend. Die Städte mit Gouverneuren erhalten 50% Tourismus durch Weltwunder und 100% Tourismus für alle Nationalparks. Ja, also wenn ihr jetzt auf Tourismus Sieg geht, dann habt ihr wahrscheinlich auch Weltwunder und vielleicht auch Nationalparks. Kommt so ein bisschen auf euren Spielstil an. Manche spielen ja, also manche Anführer fördern das ja, dass man Nationalparks baut. Manche wollen es eher über andere Wege machen. Aber wenn ihr zum Beispiel viele Nationalparks baut, dann sind plus 100% Tourismus irre viel. Also das ist ein richtig, richtig großer Schritt Richtung Tourismus Sieg. Dann kommen wir noch zu zwei militärischen Sachen. Himmel und Sterne. Plus ein Zeitalterpunkt für jeden Flugplatzgebäude, das ihr errichtet. Macht ihr wahrscheinlich nicht so viel, also bringt jetzt auch nicht so viele Punkte. Und außerdem erhaltet ihr jedes Mal einen Zeitalterpunkt, wenn ihr eine große Persönlichkeit verdient oder erwerbt. Schafft man da so viel? Im Endgame schafft ihr meistens mehr als früher, weil ihr dann auch schon viele Gebäude dafür habt, die große Persönlichkeitspunkte generieren. Ja, so mega viele Punkte. Es ist, ich sag mal so, ihr kriegt vielleicht ein paar Punkte. Ganz viele wird es wahrscheinlich auch nicht. So ein paar Punkte kriegt ihr wahrscheinlich schon. Es ist jetzt wahrscheinlich nicht null, aber es gibt auch Besseres. Im goldenen Zeitalter erhaltet ihr Heurikas für Satelliten, Kernfusion und Nanotechnologie. Das lohnt sich natürlich nur, wenn ihr diese Heurikas nicht schon habt. Und wenn ihr diese Widmung in der Zukunft wählt, erhaltet ihr die Heurikas für intelligentes Material, Prognosesystem und Weltraummissionen. Gleiches gilt hier wieder. Das lohnt sich natürlich nur, wenn ihr die Heurikas noch nicht habt. Außerdem erhaltet ihr 100 EP für alle Lufteinheiten und Aluminiumminen sammeln pro Runde plus zwei Ressourcen. Das kann sich wirklich lohnen. Einmal die Lufteinheiten mehr Erfahrung. Ja, ihr wollt eh die Lufteinheiten sehr, sehr viel einsetzen, falls ihr sie schon bauen könnt. Wenn ihr keine Lufteinheiten bauen könnt oder nicht wollt, dann lohnt sich es natürlich nicht. Aber wenn ihr das macht, sind Lufteinheiten einfach so eine wichtige Einheit im Endgame und dafür nochmal 100% EP. Richtig, richtig gut. Außerdem ist Aluminium oft eine sehr rare Ressource. Falls ihr da Probleme habt, dann lohnt sich es auch richtig. Ich meine, wenn ihr da jetzt viel kriegt, ist es nicht ganz so wichtig. Aber Aluminium kann man eigentlich nie zu wenig haben. Und als letztes kommt noch die Roboter-Soldaten-Kriegsführung. Dort erhaltet ihr plus einen Zeitpunkt, wenn ihr eine nicht-barbarische Einheit mit einem riesigen Killer-Roboter besiegt. Lohnt sich natürlich nur, wenn ihr einen riesigen Killer-Roboter habt. Ansonsten sinnlos. Und im goldenen Zeitalter erhaltet ihr einen riesigen Kampf-Roboter. Und ihr erhaltet drei Uran pro Runde. Außerdem bieten Uran-Minen plus 1 Ressource mehr pro Runde. Uran ist auch oft sehr, sehr rar, sehr, sehr wichtige Ressource, halt noch wichtiger als Aluminium. Und so ein Kampf-Roboter ist auch eine sehr starke Einheit, wobei man natürlich halt auch nur einen bekommt. Deswegen finde ich den jetzt auch nicht mega. Ist situativ, kann schon mal schön sein unter Umständen, aber ich finde das sogar noch wichtiger, weil damit könnt ihr dann nochmal Kampf-Roboter bauen oder sogar auch Atombomben bauen. Ja, genau. So, das war's soweit zu diesen ganzen Widmungen. Kommen wir zur Bedeutung des Zeitalters für die Loyalität. Dafür gehe ich jetzt mal in eine Stadt rein. Ich nehme hier Guangzhou. Und bin hier im Loyalitätsbildschirm. Normalerweise üben Bürger eine Loyalität auf eure Städte aus. Im goldenen Zeitalter wird das erhöht auf 1,5. Im dunklen wird das verringert auf 0,5. Das ist vor allem dann für Städte von Bedeutung, die am Rande eures Reiches liegen. Wenn ihr dort kleine Städte habt, beachtet, dass es Probleme geben kann, wenn ihr demnächst in ein dunkles Zeitalter fallt. Ihr könnt präventiv abwarten, ob ihr dort überhaupt eine Stadt gründen wollt, weil es ist echt super, super ärgerlich, wenn ihr so eine Stadt verliert. Falls ihr jetzt die Stadt schon gegründet habt, dann könnt ihr probieren, dass ihr sie noch irgendwie rechtzeitig pusht, indem ihr die Stadt wachsen lässt. Mehr Einwohner, mehr Loyalität. Das geht zum Beispiel über Händler. Also vor allem über interne Händler, die dann idealerweise zu eurer Hauptstadt geschickt werden oder wo ihr halt sonst irgendwie viel Nahrung bekommt. Falls eure Stadt jetzt fällt, dann platziert rechtzeitig einige militärische Einheiten in der Nähe von dieser Stadt, damit ihr dann sofort diese Stadt wieder angreifen könnt und wieder einnehmen könnt. Die KI nimmt diese Städte nämlich relativ selten ein. Was sonst auch noch eine Möglichkeit wäre, wäre eine kulturelle Allianz, weil dann üben die Nachbarn überhaupt keinen Druck auf euch aus und dann könnt ihr diese Stadt auch behalten. So, wir befinden uns jetzt in einem goldenen Zeitalter, heißt, unsere Einwohner geben uns 1,5 Punkte an Loyalität. Heißt, wir haben in Guangzhou 9 Einwohner. Heißt, wir bekommen 13,5 Loyalität über diese Stadt. Hier steht ja Druck durch Bürger in der Nähe 20. Das sehen wir hier in der Loyalität, genau. Da sehen wir auch plus 20. Es kann eh nicht über 20 gehen. Also ich glaube, in allem ist immer der Wert maximal 20. So, heißt, da haben wir jetzt 13,5 und dann bekommen wir noch Druck durch die anderen Städte hier. Je weiter in der Stadt weg ist, desto mehr verringert es sich. Also ich sitze jetzt bei 13,5. Wie gesagt, ich glaube, man sieht es nicht ganz, weil es eh nicht über 20 gehen kann. Aber wir haben jetzt zum Beispiel hier Taiwan. Die haben 12 Bürger, heißt, das ist 16 Loyalität. Allerdings nimmt es, glaube ich, immer pro Feld irgendwie um 10% ab oder so. Also 1, 2, 3, 4, 5. 16, 5 Felder entfernt, also Hälfte, heißt, die hier geben nochmal 8 Loyalität dafür. Das heißt, wir wären da jetzt schon allein wegen dieser Stadt und dieser Stadt schon bei über 20. Und dann kommen jetzt die noch dazu. Der Grund, warum es nicht über 20 gehen kann, ist, weil man sozusagen trotzdem immer noch, auch wenn man sausau viele Bürger hat, dass du trotzdem immer noch Loyalität verlieren kannst, indem du bei den anderen zu viele Minuspunkte kriegst. Also über sonstige Effekte, Annehmlichkeiten, Gouverneur. Weil ansonsten kannst du einfach, indem du genug Bevölkerung hast, sagen, dann kann die Stadt nicht mehr fallen. Hat das Spiel halt irgendwie so gemacht, müsste jetzt nicht so sein. Aber ja, das ist irgendwie, wie diese Loyalität dann funktioniert, beziehungsweise der Einfluss vom Goldenen Zeitalter wäre. Wenn es jetzt nämlich im Dunklen wäre, dann hätten wir nur 5,5 Loyalität von Guangzhou. Und hier hätten wir, ach, da hätten wir nur 4, 4 nochmal drauf. So, das heißt, wir wären bei 9,9 über diese zwei Städte. Also macht schon echt einen total großen Unterschied aus. Ja, und aktuell sind wir natürlich im Goldenen Zeitalter, deswegen ist das hier Loyalitätsmäßig überhaupt kein Problem. Jetzt am Ende möchte ich euch noch ein paar Detailtipps geben. Zunächst mal zwei Anführer. Das ist einmal Süleman Muchtischem oder der Prächtige. Der hat nämlich eine Synergie mit den Zeitaltern. Das ist plus 15% Wissenschaft oder Kultur in einem Goldenen Zeitalter oder Heldenzeitalter, plus 4 Kampfstärke außerhalb eines Goldenen Zeitalters oder Heldenzeitalters gegen Zivilisationen, die sich ebenfalls nicht in einem Goldenen Zeitalter oder Heldenzeitalter befinden. Also der kann relativ gut mit diesem Konzept zusammenarbeiten. Und die zweite Option, die das ebenfalls macht, ist Tamar, die Große von Georgien. Muss ich kurz gucken. Das war, glaube ich, die georgische Spezialität, oder? Genau, hier. Bei einer Widmung zu Beginn eines Goldenen oder Heldenzeitalters erhaltet ihr denselben Bonus zur Verbesserung des Zeitalters. Das heißt, ihr bekommt nicht nur diesen tollen Bonus, sondern ihr bekommt auch noch diese Fähigkeit, um Zeitalterpunkte zu sammeln. Also wenn wir jetzt mal auf die Widmungen gehen, z.B. bei der freien Forschung, ihr würdet jetzt nicht nur diesen Wissenschaftsbonus für Handelszentrum und Hafenbezirke bekommen, sondern eben auch noch zusätzlich diese Zeitalterpunkte, wenn ihr ein Heureka auslöst oder wenn ihr ein Gebäude mit Wissenschaftsgrundertrag errichtet. So, genau. Das ist das eine. Und dann gibt es ja auch noch ein tolles Weltwunder. Ich meine, Weltwunder bringen ja eh immer Zeitalterpunkte, aber es gibt auch wieder eins, was noch zusätzlich Energie hat und das ist der Taj Mahal. Da bekommt ihr einen Zeitalterpunkt für jeden historischen Moment, den ihr fertiggestellt habt, wenn ihr dieses Wunder schon gebaut habt. Und dieser historische Moment muss aber mindestens zwei Zeitalterpunkte wert sein, ist aber bei vielen ja der Fall. Und wenn ihr ein Taj Mahal gebaut habt, dann sind dunkle Zeitalter eigentlich passé. Also damit könnt ihr echt ordentlich nochmal Zeitalterpunkte sammeln, das haut schon richtig rein. Und ist auch eins der stärkeren Welthunder, die man bauen kann. Dann zuletzt noch ein Wort zu den Stadtstaaten. Die Stadtstaaten, die haben ja immer so Quests und irgendwann sind die weg, wie zum Beispiel bei Sansibar. Diese Quests kommen wieder, wenn ein Zeitalterwechsel ist. Also habt das im Blick und überlegt euch vielleicht da noch ein paar Quests zu erfüllen, bevor der Zeitalterwechsel ist, weil ihr dann im Endeffekt mehr Gesandtisch bekommt in die Stadtstaaten. Also vielleicht so 10 oder 15 Runden vor Schluss einfach nochmal kurz nachdenken. Gibt es hier irgendwelche Aufgaben, die ich jetzt noch erledigen kann, bevor dieses Zeitalter wechselt? Und wenn man da so ein paar Sachen erledigen kann, ist das auch wieder ein schöner Spielvorteil, den man mitnehmen kann. An der Stelle wieder vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr fandet das Video informativ. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da. Außerdem könnt ihr links auch noch abonnieren und rechts gibt es noch weitere Inhalte von mir. Macht's gut!